Guten Tag, mein Name ist Markus Kaußen und ich möchte Ihnen einen der neuen Titel vorstellen, die wir im letzten Quartal gekauft haben. Und zwar Buzzi Unicem. Was macht Buzzi? Buzzi ist eine italienische Zementfirma. Sie wird von der Gründerfamilie kontrolliert, ist in 14 Ländern tätig, betreibt 30 Zementwerke weltweit mit etwa 10.000 Mitarbeitern. Zwei Drittel des Umsatzes kommen aus dem Zement, etwa ein Drittel aus Beton und Zuschlagstoffen. Und Zement, das wissen wir, ist eine kapitalintensive, zyklische Industrie. Aber was ökonomisch noch interessant ist, hat in der Regel ein lokales Monopol. Was ich damit meine ist, Zement ist ein Stoff, der relativ zu seinem Gewicht sehr, sehr billig ist. Es lohnt sich nicht, ihn über weite Strecken auf der Straße zu transportieren. Und so hat man in der Regel in einem gewissen Umkreis rund um sein Werk einen Schutz vor Wettbewerbern. Wenn wir uns jetzt einen Titel neu anschauen, eins der ersten Dinge, was wir machen, ist, wir schauen uns die Bilanzen an und die Verschuldungssituation. Sie sehen hier als Verschuldungskennzahl das sogenannte Leverage Ratio, definiert als Nettoschulden durch EBITDA. Auf der einen Seite haben Sie die blaue Linie Buzzi die letzten 15 Jahre, aber auch zum Vergleich noch die zwei bekannten und größeren Wettbewerber hier in Europa. Das wäre in der Schweiz Holzim und in Deutschland die Heidelberg Zement. Ganz rechts fällt auf, Buzzi hat hier mit Abstand die beste Bilanz, mit Abstand die tiefste Verschuldung. Der nächste Blick geht auf die Profitabilität. Ich habe hier als Kennzahl genommen die Eigenkapitalrendite. Es wird definiert als Nettogewinn durch Eigenkapital in der Bilanz. Über die letzten 15 Jahre sieht man schön, in den guten Jahren, 2005, 2006, haben alle Spieler in der Industrie viel Geld verdient. Was dann folgte nach der Finanzkrise, war, man kann es nicht anders nennen, eine Dekade der Tränen für die Zementindustrie. Aber rechts sehen Sie auch, Buzzi war hier die Perle, die deutlich schneller aus diesem Tal herauskam und bereits seit vier Jahren wieder ordentlich Geld verdient. Wir haben also eine Firma mit einer sehr, sehr guten Bilanz, mit einer ordentlichen Profitabilität. Nun müssen wir schauen, was ist sie denn wirklich wert. Um den Wert zu bestimmen, müssen wir eine Meinung haben, wo sich die Gewinne hin entwickeln können. Und hier fangen wir auch wieder zunächst mit einem Blick nach hinten an. Sie sehen die Entwicklung vom EBITDA über die letzten 20 Jahre. Wieder dieses zyklische Bild. Einen extremen Anstieg in den Nullerjahren, während dem Bauboom, einen starken Rückgang in der folgenden Rezession. Aber jetzt seit zehn Jahren schon ist Buzzi in der Lage, langsam, aber stetig die Profitabilität zu steigern, die Gewinne zu steigern. In einem ersten Schuss, in einem ersten Basisszenario gehen wir mal davon aus, dass alles so bleibt, wie es heute ist. Die Firma wächst etwa mit Inflation, ein ganz leichtes Volumenwachstum vielleicht. Wenn das passiert, würden sich die Gewinne ungefähr so entwickeln und die Aktie wäre 32 Euro wert. Das vergleicht sich bereits sehr attraktiv mit dem aktuellen Aktienkurs von um die 22 Euro. Dieses Basisszenario ist nicht alleine maßgebend für unsere Bewertung. Wir schauen uns andere Szenarien an. Und in Tat und Wahrheit halten wir es für deutlich wahrscheinlicher, dass die Gewinne stärker wachsen werden. Warum ist das so? Ein Blick auf die Märkte, in denen Buzzi hauptsächlich tätig ist. Sie sehen auf der linken Seite die Umsatzverteilung. 40 Prozent des Umsatzes kommen aus den USA. Und weil die USA profitabler sind und vor allem auch, weil Italien chronisch unprofitabel ist, kommen 60 Prozent des Gewinns aus den USA. Also Sie sehen, was auch immer in den USA passiert, das ist das, was wichtig und relevant ist für Buzzi und die Bewertung. Und in den USA wissen wir, die Wirtschaft läuft ganz ordentlich. Wir wissen, dass die Zementnachfrage sich immer noch nicht voll erholt hat von dem Einbruch nach 2007. Und wir wissen, leider in großen Teilen ist die Infrastruktur recht marode. Schon lange, lange wird in den USA in der Politik über ein Infrastrukturprogramm diskutiert. Und jetzt endlich sieht es wirklich so aus, dass der neue Präsident Biden zusammen mit Kongress und Senat in der Lage ist, demnächst ein Infrastrukturprogramm auf die Beine zu stellen. Wie das genau aussehen wird, wissen wir nicht. Aber wenn es denn kommt, und wir glauben daran, wird es auf Jahre hinaus eine zusätzliche Nachfrage für Zement bedeuten. Das bedeutet für Buzzi höhere Volumen, aber noch viel wichtiger, auch wahrscheinlich höhere Preise. Also gehen wir mal davon aus, dass dieses Infrastrukturprogramm kommt, dass wir höheres Wachstum sehen werden in den nächsten Jahren, vor allem in den USA. Dann müssten sich die Gewinne etwa so entwickeln und das bringt uns dann beim fairen Wert bereits auf 40 Euro. Noch ein letztes Szenario möchte ich Ihnen darstellen, und zwar mit Blick auf Italien. Ich hatte schon gesagt, dass Italien seit zehn Jahren chronisch defizitär ist, aber in den letzten paar Jahren hat man erste Anzeichen gesehen, dass sich der Markt langsam dreht, dass er sich verbessert in der Struktur. Es ist zu einer Konsolidierung gekommen, einige kleine Unternehmen sind herausgegangen. Und sollte Italien wenigstens ein Mindestmaß an Profitabilität erreichen, würde das noch einmal zwei Euro Wert hinzubringen, und dann kämen wir leicht auf einen Wert von 42 Euro pro Aktie. Immer im Hinterkopf verglichen mit dem aktuellen Aktienkurs von 22 Euro. Zusammenfassend, wir haben mit Buzzi eine Firma gefunden, die sicherlich weniger bekannt ist als die großen Wettbewerber Holz im Heidelberg Zement, und auch noch aus einem Markt kommt, wo sich viele Investoren vielleicht scheuen zu investieren, Italien. Aber in den Charts, die ich Ihnen gezeigt habe, habe ich Ihnen die Qualität gezeigt, die Qualität bewiesen der Aktie, Ihnen gezeigt, dass es gar nicht um Italien geht, sondern vor allem um die USA. Und obendrein haben wir eine extrem gute Bilanz, mit Abstand beste Bilanz in diesem Sektor. Wir investieren hier gerne an der Seite von der Gründerfamilie, die über Jahrzehnte gezeigt hat, dass sie die Firma gut führt. Und ein Blick auf die Bewertung, wir reden heute aktuell von etwa zehnmal Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da ist null Wachstum eingepreist. Und ich hatte ja gezeigt, wir glauben daran, dass die Firma in den nächsten Jahren deutlich wachsen werden kann. Sei es, weil die Wirtschaft gut läuft in den USA und obendrauf mit dem Konjunkturprogramm. Wir schauen für die Bewertung verschiedene Szenarien an. Ein paar davon habe ich Ihnen gezeigt. Und in einer Abwägung dieser Szenarien haben wir den fairen Wert auf 37 Euro festgesetzt. Mit Luft nach oben, wie Sie auch gesehen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Vielen Dank. Vielen Dank.